Im Rasteder Schlosspark findet vom 19. bis 24. Juli das 68. Oldenburger Landesturnier statt. Bei einer Pressekonferenz am Montagabend im Hof von Oldenburg in Rastede gaben die Turnierorganisatoren einen Ausblick auf das Programm. 114 Wettbewerbe in den Disziplinendressur springen, Vielseitigkeit und Fahren sind angesetzt. Erwartet werden gut 1000 Reiter aus rund 20 Nationen. Sie bringen etwa 2500 Pferde mit nach Rastede. Untertitelung des ZDF für funk, 2017